genug Muni hab ich noch hehehe hat jemand's noch nicht bemerkt geil geil ne so so ist hier schon was gespawnt in dem Ding ja hier nicht also hier schon ja ich hab jetzt unten geguckt also auf der linken Seite holz holz ist hier gespawnt there we can M1911 äh M1911 Magazine zwei Stück ja die hol ich mir mal ja oben da irgendwo ja sind ab nach Schern richtig Giano Action ok ok Weg nach Scherno ist ja eigentlich relativ leicht wir müssen uns einfach nur oberhalb bisschen aufhalten äh den kenn ich glaube ich auch der gerade gestorben ist lol hehehe geile Scheiße der eigentlich äh mitmachen wollte beim Let's Play stirbt hier gerade mal auf dem Server eiskalt nachgejoint die Kerle es sind auch nicht so viele auf dem Server weil wir haben uns gedacht erstmal nicht so einen vollen Server nehmen weil wir wollen uns erstmal ein bisschen ausrüsten und da ist natürlich dann die Chance äh niedriger von einem anderen Spieler gekillt zu werden oder besseres Loot zu bekommen ist natürlich dann auch höher die Chance es gibt ja manche Server da sind so schon an den Spawn Orten die Typen warten nur und knallen einfach eine Erfahrung gehabt ja genau Spawn Rapper und die stellen sich dann auch noch so doof an und treffen einen nicht ja die tun dann extra noch so so einen Typen hatte ich nämlich auch schon so naja mich hat einer verrückt mit einer Macke ruf weil der hat mich die ganze Zeit nicht getroffen hat sich dann selber von einer Klippe geschmissen hehehe weil da anscheinend keine Muni mehr hatte lol du willst hin äh sind wir hier richtig? äh ich lauf einfach hier daraus weiter und du bist grad verschwunden bei mir äh ich bin ja auf dieser Straße hinter mir anschein ach da ist ein Zombies ja hinter mir ist ein Zombie hm oh jetzt äh ich bin auch auf der Straße bist du schon bei dem Knick wo es da runter geht? achso ne ich bin weiter da grad ausgelaufen das Feld achso ja ich bin jetzt fast hier doch bei dem Knick du hörst die Schüsse oder? ja ja einfach die Straße nach unten entlang muss ich irgendwo sein nach da ja ist wenig go so zurück hier liegt sonst den hab ich noch mitgebracht hm ah hat das Ding mich wieder angehettet das kann ja einen Meter weit schlagen ja nur noch ein Magazin für die Markerauf dass ich so viel verballert hab zwei Schüsse voll ins Knie Markerauf leer und ich lass noch extra Muni liegen weil ich dachte das reicht vollkommen aus ja 4 Muni hast du für die M4? äh 3 Magazine geht eigentlich noch so kann man durchaus mit Leben ja ich hab ja nur 2 also ja ich hab in einem Magazin 2 Schuss und dann halt noch ein volles ok so hier noch ein schöner Ausblick auf Ciano so ein bisschen äh ja Eleko ja mein ich ja dasselbe hehehe Ciano sind wir ja noch längs nicht ist ja jetzt ein kleiner Fußmarsch ja jetzt kommt Gregorocki oder so genau Gregorocki dann Ciano und den Ciano können wir uns nochmal schön aufrüsten das ist ne Kuh ne Kuh? was für ne Axt? warte ich guck grad mal ich glaub aber nicht nein ich hab nur Handling Knife ja ich hab nur Streichhölzer ja und wir haben keinen Rucksack ja genau das ist eh egal eigentlich genau ja ja und ist gleich schon wieder rum hier mh wir haben irgendwie noch nichts zustand kriegt hier boah ein bisschen haben eigentlich auch was geschafft ja wir haben ja jetzt wenigstens immer jeder ne Waffe ja stimmt das ist eigentlich schon aber kein Rucksack ja kein Rucksack weil der weggepackt ist laufen wir jetzt weiter ja wir laufen noch ein bisschen weiter siehst du mich hier vorne hallo achso bei mir saßt du noch die ganze Zeit auf dem Feld da deshalb hab ich gefragt achso hm komisch ich hab nur mal ganz kurz da gesessen ok dann gibt's jetzt einen kleinen Fußmarsch bis rüber nach Czerno wir gucken ob wir das hier noch äh schaffen ich höre schon wieder eine Kirche ist aber die gewiss von Elektro noch nur keine ah ich höre jetzt auch wieder keine ah ich höre jetzt auch wieder keine dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme ein weiterer Gast äh dabei der da der beim der beim LP dann auch dabei sein wird wollen wir nochmal auf den Berg laufen da hier rechts da oben ja ja ich glaub da kann auch irgend kann da irgendwas spawnen ja ich glaub ein Fahrzeug hier so ein Quad oder sowas ein ATV ja stimmt da können wir grad mal noch hoch ja das wär natürlich sehr nice würden wir da jetzt so ein Viech finden ja gut da finden's beide rechts ja ja die anderen müssen hinterher laufen hehehe wer's findet äh der hat's dann auch da ich sowieso immer aufnehmen und immer dabei bin dann hab ich auch immer ein Fahrzeug jihihi jetzt hab ich auch ne Kirche im Wald mhm sehr interessant und ich weiß noch ich hab mal so'n großen Truck hinter so zwei Bäumen versteckt und am nächsten Tag war der weg ja das lag ja an dieser alten Version war ziemlich scheiße wo wir da viel Fahrzeug oder so hatten ja da haben ja ja da haben ja haben ja so viele verkackt so viele Autos und Fahrzeuge das war nicht mehr schön deswegen spielen wir auch nicht mehr so oft auf diesem Server da war an einem Tag glaub ich vier Stück oder so mhm wir hatten Motorräder wir hatten Fahrräder wir hatten eigentlich alles Trucks Vans zwei zwei Busse ja also ich wüsste jetzt nicht was wir nicht hätten außer einen Hubschrauber ja der Hubschrauber den müssen wir noch finden den werden wir im Let's Play finden und dann über Cherner fliegen und die alle ausrotten oh was ah ich bin aus Versehen auf Schuss gekommen sorry ich dachte gerade schon jetzt läuft sie eine auf die war aber ziemlich laut ja alter ah da komm ich aus Versehen hier auf die Maustaste so ein Mist das wärs ja jetzt noch gewesen und Sniper BAM beide tot mit einer Kugel ja genau mit einer Kugel auch noch bei der Headshot ja genau weil wir genau hintereinander laufen das wärs ja noch gewesen ey aber ich glaub sowas unterstützt aber nicht nein nur nicht echt so? gehen die Kugeln durch mehrere? äh weiß ich nicht aber ich meine dass ich das irgendwo schon mal gehört hätte dass das mal der Fall gewesen sein sollte da hier ist glaub ich kein TV oder? äh ne sieht nicht danach aus alter mein geilen Ausblick den wollen wir doch noch gerade mal genießen und damit die Folge beenden jo die Folge beenden ich denke wir haben jetzt genug aufgenommen lange genug Stunde ungefähr oder ein bisschen weniger ja ja dann mit dem Ausblick würde ich dann sagen äh sehen wir uns nächste Folge Friendly wird wahrscheinlich auch wieder dabei sein also jeder Marvin er hier der da gerade rum sitzt und irgendwas macht und ja ich denke bis nächsten Freitag bis dann ciao oh 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 ich bin hier das ist ja das ist ja